Wo du gehst und wo du stehst, an welchem Radioknopf du drehst, überall auf dieser Welt uns die Werbung überfällt. Werbung, Werbung alle Tage, Werbung wird heute fast zur Plage, Werbung bald in jedem Satz, für mich, für euch und für die Kat. Auch bei uns hier im Programm fängt nun gleich die Werbung an. Bei krummen oder schiefen Füßen läufst du gut mit Haschpapiers und jede gute Domina trägt Stifel nun von Romika. Doch trägt den Wortsteinschalbe Wander, ihre Nummer von Salamander. Macht dir die Schönheit arge Sorgen, dann verschiebe nichts auf morgen, denn sind die Falten lang und tief, nimm ein Bad in Palmolive. Willst du noch mal 20 sein, dann reib die Haut mit Jade ein, denn Jade, auch gut für deinen Alten, spannt am ganzen Ranzen Falten. Jede Katz wird heute satt, mit Whiskas und mit Kippekat. Und frisst sein Vogel nun nur Trill, ist er für eine Weile schnell. Und nicht was übrig von dem Futter, frisst es bestimmt nicht wie der Mutter. Ist das Essen mal versalzen, will dein Alter nicht mehr balzen, servier den Body-Evil von Kiesa, Spezial-Dessauce für den Genießer. Denk das dein Olle nicht auf Trakt, dann geholt den Boy von Bauknecht ab. Mit dem kann ich in den Fehlern wünschen, denn man weiß, was Frauen wünschen. Und ist das Kondom nicht gut gesichert? Wie beschwoben liegt, Allianz wird wieder. Erst gefuttert wie ein Schwier, 13, 14, 17 Bier, Schinken, Soße und Mayonnaise, Kaffee, Kognak, Brotwein, Käse. Und zum Schluss nen Renni drauf, denn Renni räumt den Laden auf. Alles hinein mit voller Lust, langsam wächst der Bauch die Brust und in der Figur der Runden ist der Hals total verschwunden und hängt dann alles kreuz und quer aus FGH und Bio her. Es glänzt die Hose, es spannt das wieder, jetzt fascht es man begeistert wieder. Hast du vier Zentner überschritten, musst du ständig deine Stühle kippen, ist auch dein Bett nicht gut gesichert, ist hoffentlich Allianz versichert. Brauchst du mal ein paar Tage frei von Arbeit, Stress und Hetzerei, dann hol dir doch als Diagnose den Grippevirus aus der Dose. Ich empfehle auf alle Fälle, Krippal X, die Krippewelle, die Küche kalt, der Kühlschrank leer, heut kocht der Bus die netten Bär. Doch hast ne Läuse oder Flöhe oder Fußpilz an den Zählen, wenn's oberjuckt und unbebeißt, bin Klosterfrau Melissa geist. Politiker nehmen schon seit Tagen, damit sie weiße Westen tragen, den weißen Riesen und Persil und zum Händewaschen nur noch Brillen. Sunil mit der Zitronenkraft schützt nicht vor Schmiergeld dauerhaft. Unser Stadtrat stört das kaum, der wird nur rum im Sitzungsraum. Doch, wie seit altem her bekannt, das geht mit Brillen, denn Brillen entspannt. Jeder Popeln fährt mit Opel, die Prominenz Mercedes-Benz. Jeder Trottel fährt mit Ford und jeder Arsch mit Audi Sport. Jeder Manta-Fahrer durch die Straßen fängt, wenn man sein Hirn mit Tiefe legt. Und ist sein Fuchsschwanz doppelt lang, kommt dabei Nordine an. Jeder Ossi, wie bekannt, vor den Wartort, vor Trabant. Heute, fest mit uns Verwachsen, fährt man Toyota bei den Sachsen. Der Mann mit Hut, der fährt Passat. Die Chinesen mit dem Rad. Jeder Bauer fährt durch Stadttor mit einem Daimler statt dem Traktor. Doch, weil alle Autos laufen, müssen Autofahrer ständig laufen. Über Land, durch Berg und Tal mit dem Kallister von Aral. So, nun geht es weiter im Programm. Jetzt sind die anderen wieder dran. Ich hoffe, mein Vortrag hat geklappt und keiner hat mich weggesagt. Ist dies der Fall, wird jedem klar, dass es die beste Reklame war. Du fühlst dich wohl, bist sorgenfrei. Ein Dreifer hoch, der Narretai. Oh, na oh! Komma! Applaus 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 Wow, yeah! Applaus Applaus 位